Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, deinen Kommentar und auch dein Abo da für dich. Ein kleiner Schritt, für mich ein ganz großer. Und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereitet. Und es geht los mit dem Braunbär. Nimm dir eine Auszeit. Und wir sehen hier, die Auszeit liegt schon sehr, sehr klar da, denn du brauchst Regeneration für deine Leichtigkeit. Es geht hier darum, wirklich zu erkennen, was hat dich manipulativ geformt in letzter Zeit und dich wirklich abgehalten von deiner Fülle, anstatt wie versprochen dich reinzuführen. Du bist hier ein bisschen auf den Umweg gegangen und dein Schicksal möchte dir heute aufzeigen, dass der einzige Weg in dein wahres Glück durch deine Fülle geht. Und diese Fülle kannst du nur in der Ruhe finden. Lass also heute mal Menschen, die öfters, öfters versuchen, deinen Weg zu bestimmen, mal Grenzen aufzeigen. Zeig ihnen, dass du heute nicht im Zweifel zu dir selbst bist, sondern ganz bei dir. Dann wird der Braunbär dir nämlich die Stärke geben, wieder zu regenerieren, den Weg wieder zu finden, wieder zum eigenen Krafttier zu finden und somit in deinen eigenen Fortschritt auch wieder hineinzukommen. Denn deine Emotionsbasis weiß, dass es gut enden wird. Das, was du vorhast, nur dein Außen lässt dich derzeit zweifeln. Und dein Außen bewirkt eben, dass dein Inneres sich auch verändert. Und deswegen musst du da heute ganz klare Grenzen ziehen für dich und deine Fülle. So, Zuhören heißt es hier. Also, Zuhören ist in letzter Zeit immer wichtiger. Du wirst merken, durch das Zuhören bekommst du nämlich ein wundervolles Gefühl hier für das Detail. Und das Detail zeigt dir auf, wer meint es ernst, wer spielt mit dir, wer bringt dich in den Zweifel und wer bringt dir wirklich diese Güte und auch das Glück in dein Leben, wie es versprochen wird. Ganz wichtig hier zu erkennen ist, deine Emotionen werden heute richtig flackern. Du wirst richtig spüren, dass du so richtig gut gelaunt bist, dann wieder richtig niedergeschlagen, dann wieder richtig gut gelaunt. Und das ist nicht manisch-depressiv, sondern es ist hier die Verarbeitung von Emotionen. Weil wenn du merkst, dass du dich im Menschen getäuscht hast, dann kann das schon sehr, sehr viel auslösen und bringt somit diese Heilung hervor, aber eben auch getriggert auf deine Emotionslage. Und wenn du jemand bist, der sowieso emotional reagiert, dann bleib heute lieber auch fern vom Handy. Auch ein unüberlegter Schritt könnte falsch sein. Ja, du sollst nämlich wirklich im Rückzug bleiben, regenerieren, dich auf deinen eigenen Fortschritt konzentrieren, und nicht versuchen, Dinge im Außen zu klären. Denn das ist heute nicht wichtig. Dinge im Inneren zu klären, ist heute deine Wichtigkeit und das lässt dich dann wieder aufleben. In der Fülle. Da haben wir das Reh mit dabei. Geh behutsam zu Werke. Auch hier natürlich ein schönes Aufzeigen. Sei behutsam, bleib bei dir, komm bei dir an, erkenne. Was ist denn der wahre Fokus, den du dir gerade wünschst? Und was soll sich denn heute verändern? Du kannst jetzt mal gut reflektieren. Was sind denn Themen, wo du eigentlich schon längst hättest an deinem Ziel sein sollen, aber es einfach nicht bist? Und dann kannst du weiter reflektieren. Warum bist du nicht dort? Hat es dein emotionales Verhalten ausgelöst? Hast du zu wenig an dein Glück geglaubt? Gibt es Menschen um dich herum, die probieren, deine Kraft für ihre Zwecke einzusetzen? Wie und was muss sich verändern? Du wirst merken, du wirst dann auf einmal so eine seelische Botschaft bekommen, die dir aufzeigt, was du verändern musst, um diese kleinen Schritte in die Leichtigkeit und somit eben wieder auch in dein Glück hinein zu bekommen, dass du die erstmal geben musst. Ja, dieses Glück nämlich festzuhalten ist der schwerere Part, wie das Glück überhaupt zu erhalten, weil das Glück, das steht schon vor deiner Tür. Wir haben hier schon im Quadrat zu dir dein Glück liegen, nur annehmen und auch dazu stehen. Also sich selbst das Glück zusprechen. Das ist die kleine Problematik, die du hast. Die Vergebung liegt da. So, jetzt haben wir eine Paz-Situation. Wir haben natürlich die Situation, dass du erkennst, wer meint das gut mit dir, wer meint das nicht gut mit dir. Wir haben die Vergebung dabei beim Zuhören. Das heißt, auf jeden Fall wird heute auch etwas zu dir kommen. Das erklärt auch dieses Auf und Ab der Emotionen, was dich ein bisschen schockieren wird. Also das ist eine Nachricht, mit der hast du so nicht gerechnet. Es kann auch sehr, sehr positiv ausfallen. Da du aber ja in der Vergebung liegst, kann es eben sein, dass dir aufgezeigt wird, du hast falsch gehandelt in der Vergangenheit und hast jemanden vorschnell verurteilt oder eben andersrum genauso. Hier liegt die Vergebung da. Die Vergebung liegt im Zuhören und liegt in der Behutsamkeit. Diese Behutsamkeit darfst du natürlich für dich in einer Fülle annehmen, wie du sie eben brauchst. Du brauchst sie, damit die Vergebung überhaupt geschehen kann. Denn wenn du die Vergebung nicht geschehen lässt, dann wird diese Harmonie und diese Fülle wahrscheinlich heute nicht sofort einziehen, weil du nicht bereit bist, dein Glück anzunehmen. Also auch wenn es triggert, eine Entschuldigung auszusprechen oder anzunehmen, heute ist der richtige Tag dafür. Ja, und der Elefant sagt es dir, lerne aus der Vergangenheit. Besser kann es ja gar nicht sein. Hier kannst du nicht nur lernen, okay, ich soll nicht vorschnell agieren oder ich soll Menschen nicht zu lange böse sein, sondern auch tatsächlich lernen, dass du den Weg gehen möchtest, nicht mehr in manipulativen Zwecke, sondern für dich gehen möchtest, für deine Belange einstehen, auch für dich ganz klare Teilmengen aufzeigen, dass deine Emotionen gewertet werden dürfen, dass du dich selbst wertschätzen darfst, dass diese Schritte, die du im Leben gehst oder gegangen bist, dass sie wertvoll waren, weil du ein wertvoller Mensch bist. Und dieses Verständnis, dieses Verständnis aufzubauen und somit nicht nur ein familienahnen Thema zu durchbrechen, sondern auch ein eigenes Verhaltensmuster, was dich immer wieder im Stillstand gehalten hat, das ist eine sehr, sehr starke Leistung. Nur, du musst aus der Vergangenheit lernen. Wenn du irgendwas wiederholend nochmal reinbringst, kann das natürlich wieder auf einen kompletten Rückschlag hindeuten. Das würde heißen, okay, manipulativ wieder aus dem Glück gelenkt, ich bin wieder bei mir in der inneren Kindthematik, man vergiftet so ein bisschen meine Emotionen, man hat mich sehr gut im Griff und vorankommen ist eher schwer, weil mir fehlt der Elan. Das heißt heute, dir die Vergangenheit klar werden lassen, dass alles nötig war und die Vergebung gut da ist. Und da hast du die Selbstannahme und die spricht ja natürlich Bände. Die Selbstannahme sagt dir, es ist wie es ist, natürlich, aber es wird auch so akzeptiert. Denn wenn du jetzt wieder bei dir ankommst und deine eigene Fülle generierst, dann wirst du auch merken, dass du stolz auf dich sein kannst. Denn es gibt Menschen, die haben genau das Gleiche durchlebt wie du, aber sie sind noch nicht an dem Punkt, dass sie ihr Leben verändern können. Du wirst merken, du bist gar nicht so unattraktiv, wie du meinst. Du gehst für dich wieder in die Liebe zu deiner Selbst oder in die Selbstliebe. Es ist aber auch schön zu sehen, dass du beginnst hier damit, diese Ahnenthematik zu durchbrechen und dein inneres Kind endlich wieder in den Fokus zu stellen. Und dieser Fokus tut dir heute so gut, dass es, ich weiß nicht, wie ich es wirklich ausdrücken kann, aber diese Fülle sprießt heute aus jeder Zelle. Diese Fülle möchte heute jede Heilung herbeibringen. Wenn du bei dir bleibst, in der Regeneration, dann hast du es nämlich geschafft, dass der Weg zu dir selbst begonnen hat. Und das ist dein neues Kapitel im Leben. Wunderbar und voller Magie.